Der Muscleclean. Ähnlich dem Powerclean wollen wir hier aber keine Dreifachstreckung haben. Das bedeutet, die Füße bleiben fest auf dem Boden, die bewegen sich so gut wie gar nicht. Die bleiben fest und nur die Muskeln bringen es nach oben kontrolliert. Das bedeutet, von hier oben ist es natürlich exklusiv. Also wir haben Kraft. Also hier hoch, 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 dann kommen die Hüftstrecken. Und ich habe gerade gesehen, meine Füße haben sich ein bisschen bewegt. Sie bleiben fest auf dem Boden verankert. Deswegen nochmal. Hoch, hoch, hoch. Und kontrolliert runter.